Das sieht ziemlich komisch aus. So viel drehig. Also, ein kleines Filmchen. Magst du mich mal filmen? Magst du? Ja, ja. So, hier sieht man uns. Ja. Oder da sieht man die Scholle, beziehungsweise da sieht man sie nicht. Ein kommentierter Film. Das ist prima. Ja. Kannst du die Sekundenscholle? Guck, vielleicht erkennt man ja auch dieses komische Maul einer Scholle. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich finde die sehen drollig aus. Oh, auf jeden Fall. Guck mal. Ja, guck, die Augen müsste man, da kann man bestimmt irgendwie reinzoomen. Ja, sieht man da die Augen. Ja, ja, man sieht sie. Man sieht sie. Wenn sie sich bewegen. Und Nagelrochen. Und Stein. Gut. Sehr gut. 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 Gut.